Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge It Takes Two, Two Mit dabei, Mr. Lama Lama, oh yeah Ja, JJ am Stizzle Schicker Plattformer, ne? Macht Spaß Ja, ich würde allerdings sagen, er fordert dann doch ein bisschen was ab von mir als Nicht-Plattformerfahrene Ja, glaube ich gerne Ich habe mich ja in der ersten Folge ein bisschen angerissen Retro-Gaming, Retro-Plattformer Die haben eine ganz andere Art von Lernkurve und ein viel weniger verzeihendes Gameplay Also, als wir in der letzten Folge beim Staubsauger beide gestorben sind, ne? Bei einem klassischen Plattformer Komplettes Level nochmal Ist in Welt 1.1 wieder angefangen Ja Aber das lag ja auch daran, weil die eigentlich nicht so viel Content hatten, ne? Die sind ja eigentlich nicht so lang Ja, das stimmt Das ist sicherlich so Aber es hat, glaube ich, auch was damit zu tun Wie die, also was du den Spielern abverlangst Ich habe neulich Need for Speed Underground 1 gespielt Du hast genau eine Nitro-Ladung Das kannst du nicht wieder aufladen oder sowas, ne? Du kannst dich irgendwie nochmal cool so um die Ecke driften Und dann kriegst du nochmal so ein bisschen Nitro wieder Ne, du hast einen Tank Den kannst du auf den Knopf drücken Den kannst du dosieren, ja, aber wenn leer, dann leer Ja, da ist nicht irgendwie nochmal im Windschatten fahren Und krieg nochmal ein bisschen Schub oder sowas Das ist da nicht so Das verzeiht dir auch deutlich weniger Und das ist von 2003 Also das ist jetzt nicht Okay, ist schon alt Es ist schon, es ist schon ziemlich alt Da hatte ich noch nicht mal Abi, ne? Es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt Kein 1989er Mario oder sowas Mhm Ähm Aber in der Zeit ist, glaube ich, das, ähm Das Thema Aufmerksamkeit Oder Castlevania Es ist, ähm, äh Die, in der Zeit ist die Aufmerksamkeitsspanne Und die Frustresistenz der Spieler So stark nach unten gegangen, ja? Weswegen, weswegen gibt es denn Battle Royale Ich mein, ich Battle Royale, ne, PUBG Genau, ne, PUBG hat mir auch Spaß gemacht Aber es, ne, warum, warum hat es mich persönlich nicht gecatcht? Naja, vielleicht Weil ich schlecht bin, ne? Also hochwahrscheinlich, ne? Ja, ähm, und zur Ehrenrettung vielleicht einfach Weil ich noch von einer anderen Generation komme Nein, aber halt, ähm Dieses, dieses schnelle, ne? Du gehst rein, du hast keinerlei Das ist, also es geht nur um Skill Du kannst dich nicht entwickeln Du hast keinen, keinen Fortschritt Ähm, sondern du bist nur darauf angewiesen Dass du in den Sports dich auskennst Dass du ein bisschen Lootglück hast Ähm, aber ansonsten ist es halt hauptsächlich skill-based Also quasi wie der gesamte E-Sports-Bereich Aber der ist halt auf kurzen, knackigen Content ausgelegt Ja, das stimmt Und das waren Games früher halt einfach gar nicht Mhm Und, ähm, der hier ist so ne, so ne, so ne Interessante Mischung Also das ist, das ist nette Unterhaltung Möchte ich's nennen, ne? Das ist jetzt nicht Also ich fand's jetzt bisher nicht sonderlich schwer Auch wenn ich mich selber angestellt hab wie Arsch Aber, ähm, es ist nicht, es ist nicht schwer Ich, ich kann mir aber auch gut vorstellen Äh, dass es quasi so einen gewissen Erziehungscharakter auch hat für Pärchen Also wo sie auch sagen, ne, das ist so ein Pärchenspiel Mhm Kannst du mal spielen Und dann nehmt ihr dabei vielleicht auch noch irgendwie was mit für euch, so, ne? Das, genau, richtig, ne? Vor allem auch für, also so diese typische Konstellation Also ich, ähm, weiß ja nicht, ob ich da jetzt vielleicht den, den Gamern oder ITlern Nennen wir sie mal lieber aus dem Herzen spreche Aber gefühlt ist es so, jeder ITler hat einen entweder nicht ITler oder sogar sozialen Menschen als Partner Also, ähm, jemanden, der, also gerade so berufswahlmäßig, ne? Also der, der, der irgendwas mit IT zu tun hat, der hat ganz oft irgendwie jemanden, der heißt mit Krankenschwester, Lehrer, ähm, hast du nicht gesehen, ne? Irgendwie, so eine Konstellation hast du irgendwie ganz oft, ne? Der eine macht mit Menschen, der andere mit Maschine Ähm, und Du meinst also, sie gleichen ihre Defizite irgendwie aus? Der, der Grund, warum es Beziehungen zwischen Menschen gibt, ne? Wenn, wenn beide, beides gleich gut können und beide, beides gleich schlecht, dann gibt es keinen Grund zusammen zu sein Mhm, mhm Boah, steile These, denk mal drüber nach Mag viel richtig drin sein Ähm, nee, und von daher denke ich mal, und es ist halt auch süß und knuddelig Es ist, äh, hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad, aber es hat eine coole Story Es ist sehr, es ist sehr driving, also es ist, es zieht dich schon mit rein Auf jeden Fall So, und es ist auf jeden Fall besser als die 5 Minuten Gelaber, die wir jetzt gemacht Nein, ich, ich fand das sehr gut Und das ist, das spricht nochmal was an, also, ne? Vielleicht hat man dann nicht so im ersten Moment drüber nachgedacht Ja, echt, also, wenn man natürlich jetzt noch ein echtes Podcast hätte, ne? Boah, abgefahren Boah, stell dir das mal vor, ne? Tja, schrecklich Ja Gut, okay Also, ducken Ducken Und jetzt darfst du mal meinen dicken Po sehen, von hinten Eici Und? Macht er dich an? Mh Mh Digst du? Was? Muss ich zum Sport? Doch, ich hab doch, ich hab doch, hallo, ich hab doch mh gesagt Ha Oh Oh nein Ja, die Saugies Nö, die haben doch, die haben doch alles richtig gemacht, die waren doch voll nett und alles Ja Und? Was ich allerdings sagen muss ist, was ist das für eine, finde ich Ähm, was? Also, im Ernst, also, sie schicken die ihre Fäkalien einfach Ja, man weiß es nicht Ja, man weiß es nicht, man will auch nicht drüber nachdenken, glaube ich Nee, nicht so wirklich, also, ne? Das ist jetzt so dieses typische Ami-Haus, sieht von außen irgendwie noch gut aus, aber die Foundation ist schon scheiße Ja Oh Gott, das war jetzt wieder sehr gesellschaftskritisch Ja, ich wollte gerade sagen, wie der Staat, ne? Hat er nicht gesagt Rose! 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 Sie können... Sie können uns nicht hören Wir brauchen ein Megafon Oh nein Wie werden wir jetzt nach oben kommen? Ich kann helfen Was? 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 Wer war es? Ich weiß, ich weiß Über hier Schau Ich weiß den Weg Ich will dich da hin, wenn du mir helfen kannst, zu schützen meine Freunde Meine Freunde Meine Freunde Meine Freunde Wir waren sehr wichtig und haben sich geholfen Aber dieser Mensch hat uns in ihrer toolbox und verlangt Du meinst May's toolbox? Ja Ja Die Frau Hörbücher Du kennst sie? Ja Nein, er ist nicht Ich habe gehört, dass die Frau Hörbücher hat eine neue Arbeit in der Stadt und hat keine Zeit für unsere Hobbys mehr Wer über die Hobbys? Sie wissen, wie schwer es ist, zu sterben zu sterben? Es ist wie, zu sterben, zu sterben Schlafen Schau Schau, Hammer Ich habe ein Schlafen-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust-Rust Mhm Ah Ja, nice Hast du auch gerade an This is the way gedacht so? Und jetzt plötzlich kommt dieses Ding zu dir geflogen wie so ein Lichtschwert? Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber Warte mal, ich glaube ich muss da rüberschießen Ah, wie cool ist das denn? Nein Guck mal, ich kann das machen Nein Guck mal, kann ich dich Ah, don't make me pummel you, Foggy Du willst mich hämmern? Du willst mich hämmern? Du willst mich hämmern? Du willst mich hämmern? Du bist super So, ich habe dir erstmal unangespitzt in den Boden gerammt Wenn du mich nageln willst, dann komm mal auf die Haube Ja, perfekt Oh, guck mal, irgendjemand hat das hier schon mal versucht zu reparieren Ha Hey Ja, aber wo, 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 wo Müssen wir jetzt hier vorne einfach so lang? Ja, das ist es wirklich Kann ich das hier auch kaputt? Ne, was ist das? Können wir das eindrücken? Ne, das ist einfach nur so ein Ding Hä Wie, wie komm ich da jetzt rüber? Kannst du mal aufhören da zu hämmern? Aha Wait a second, mach nochmal Ah, und dann nagelst du es fest Ach Lol Alter Nice Vorlauter Komm mal schnell So, jetzt kannst du Kannst du Kannst du Das ist echt Das ist kreativ, Mann Ne, ich glaube, da musst du ran hämmern Oder? Das ist richtig gut Muss ich da rüber springen, so? Ich guck mal schnell Ne, ich... Ja, genau Ja, ja, ne, ich muss da irgendwie... Ne? Da muss ich mich nicht rüber springen Ja, Mann Da muss ich mich nicht rüber springen Ach... Da So nachschwingen dann Ok, hab ich nicht verstanden, hat funktioniert, aber ich hab's nicht verstanden Kannst du hier auch einen Nagel rein... Hängen Jawohl Also da so, ja Mhm Ja, fast, 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 fast Nice Es macht, es macht, es macht einfach liebe Spaß So, und jetzt noch einmal hier rüber Genau Mhm Ok, ich muss... ok Full Monty gehen Lalo, du kriegst mehr Uh Dann kann ich jetzt auch mit E wieder zurück... Boah Oh Hey Nice, danke Hahaha Das gefällt dir, ne? Ich kann nicht mehr aufhören Hahaha Tut mal, ich mach jetzt... Alles hier gut Hahaha Wolltest du nicht genagelt werden, wach? Hahaha Oh Ok, ja Ah ja, ok, ich verstehe Ja, du musst... ne, du musst ähm... Von hier dann einen Nagel reinsetzen, damit die oben bleiben Oh Erstmal nicht runterfallen, ja Ja Sind wir gut, sind wir gut, sind wir gut Alter, ich... 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 I break together, ey Also, ich... ich find's mega kreativ, wie die da an alles gedacht haben, ne? Ja Ja Hm... 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 Oh Was geht Ist das hier? Näh Ich wollte jetzt eigentlich mit nem Nagel auf ihn schießen Hm... 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 Wie, was, hä? Hau den Cody Äh... I don't get it Achso, ich glaub du musst unten reingehen Warum... Warum wirst du mich hauen? Da fuck? Komm hoch, eh bereit Bleib oben, um zu punkten Lass dich nicht treffen Okay, ich bin einfach mal bereit Okay Ich check das jetzt nicht Ja Je länger du oben bleibst, desto mehr Punkte kriegst du Und je häufiger ich dich haue, desto... Ja, aber... Ich versteh den Sinn dahinter jetzt gerade nicht Das wird ein Minigame Ja, aber... Ich... Sollten wir nicht zusammen kooperieren? Ging es nicht darum? Also, so... Mist, ich muss Ich glaub ich die falsche Seite geguckt Ey Ey Du cheatest ja 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 Ich kann deinen Monitor sehen Das ist doch... Boah Das ist gemein Ich frag mich, wie oft wir das machen müssen Also... Ob wir einfach nur zu doof sind, um zu verstehen, dass ich einfach weitergehen kann Hahahaha Hahaha Hahaha Easy Easy Cool Ha! Oh, 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 oh! There you go! Ha! Ah! Boom Ich bin zu schnell für dich. Ich werde dich nächste Mal betrunken. Ach und ich jetzt. In der Tat, ich blinke nicht. Nein, das war knapp. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, ich bin auch der Meinung. Was machen wir jetzt? Ach so, einfach weiterhüpfen. Okay, wir waren definitiv zu blöd zu erkennen, dass das eigentlich nur so ein Minispiel ist. Ja. Nice. Via Verdi kompetent. Ah, die süßen Maschine. Es ist nichts besser. Okay. Weißt du was zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Das ist auch gar nicht so einfach. Ich guck dir einfach mal zu. Ach, da unten ist es. Alles. Ich glaube an dich. Nee, das war nicht so gut. Ja. Nice. Okay. Jawohl. Alles klar. Schauen wir doch mal. Ah, guck mal hier. Da ist er doch. Ach, und du musst jetzt da drauf rumhämmern, ne? Und dann geht das Ding hier auf. Nee. Was zum Geier. Oh. Jetzt kannst du das da oben bestimmt festnageln. Tatsächlich. Und das... Schau mal. Hm? Das ist ja mit Zielhilfe. Schwach. Echt schwach. Ich denke, das bestätigt aber den Eingangs... Was, dass der hier nicht so kompetent ist? Nein. Ganz am Anfang. Das ist nicht das Schwierigste aller Spiele ist. Ach so, ja. Okay, ich bin... Ich bin lost. Warum... Hä? Oh Gott. Dumm. Ah, jetzt lass mich mal kurz gucken. Okay, du musst jetzt da rüberschwingen und dann machst du das Danger-Ding an. Na? Ja. Du Schwinger. Ich schwinge mein Ding. Ja. Ich schwinge mein Ding. Ja. Fast. 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 Stabil daneben gesprungen. Ah. Nice. Lol. So. Und jetzt geht hier dieses Ding an. Oh Gott. Hä? Muss ich das denn vorne irgendwie fest... Oh Gott. Nee, du musst... Oh Gott. Gut, du musst das auf dem gelben links da auf jeden Fall irgendwie Nagel annageln. So, das heißt, ich muss da irgendwie rüberkommen. Ja, du musst da glaube ich drauf springen und dann muss ich nageln. Ah, okay. Oder? Ja, du musst... Ähm, genau. Wenn ich drauf springe... Ah, okay. Ja, genau. Und zwar so, dass er... Dass ich nicht platt gewalzt werde und dann, dass er weiterfährt, wenn... Heavy. Okay. Ja, also... Ich werde jetzt gleich drauf springen. Dann nagelst du das fest und wartest... Also kurz... Nagelst du fest, kurz bevor er bei den Walzen ist. Ah. Wenn die Walzen wieder oben sind, dann holst du den Nagel zurück. Ja, ja. Okay. Bereit? Ja. Äh, wäre damit da. Gut. Dann... Don't screw this up, Cody. Okay. Das war... Ziemlich... Ziemlich dumm. Das auch. Entschuldigung. Alles gut. Hey, wohin. Nagel ihn fest. Nice. Jetzt musst du den... Oh, ich musste ja da oben drauf schießen. Genau. Richtig. Jetzt... Holy moly. Okay. Jetzt bin ich nur etwas... Ich bin nur hin rein verwirrt. Achso. Okay. Nee, du musst da... Nee, nee, nee. Ist nicht so. Warum nicht? Weil du rechts nach oben dann springen musst. Mit den Walzen. Und dann fährt das Ding nach oben und dann springst du da rüber und nagelst dich da fest. Genau. Aber alles kein Problem. Wir machen das einfach nochmal. Ja, aber wie komme ich denn? Wie soll ich denn da hochkommen? Hoch. Du springst da drauf. Das geht ja runter, ne? Und dann springst du da einfach hoch. Ich weiß nicht, ob ich so hochkomme tatsächlich. Double Jump. Ich bin ziemlich sicher. Nee. Hm. Ich glaube, weil ansonsten würde nämlich die zweite Plattform da keinen Sinn ergeben. Ich denke, ich... Ich denke, ich komme da oben nur dran. Genau. Schau mal, wo der tiefste Punkt ist. Der tiefste Punkt ist da vorne an der Plattform. Das heißt, ich muss erst auf die zweite Plattform springen. Ähm, dann musst du die zweite Plattform festnageln. Mhm. Und dann musst du einen Nagel oben in das Schwing dein Ding... Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Viel jung. Okay. So, wir lassen uns noch einmal rumdingsen. So, ich such zurück. Dankeschön. Super. Da war ich etwas vorschnell. Dankeschön. So. Und jetzt machst du den da drüben und den machst du ganz vorne fest, ne? Ja, ja, ja. Ist klar. Jo. Perfekt. Ich bin ja Experte. Ich auch. Vor allem, wenn man halt echt wieder nach vorne anfangen muss. So, pass. Oh. Hm, genau. Wer ist denn dieser inkompetente Spieler hier? Fürchterlich, nein. Ist die wirklich Ingenieurin? Ich hasse solche Menschen. Ich hasse solche Menschen. Ich hasse solche Menschen. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe da aber auch echt den leichteren Part. So. So. Ja, und hier nagelst du oben. Und dann nagelst du mich nochmal vorne fest. Ne, das andere vorne. Nice. Oh. 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 Glauben. Da war eine Menge Glück dabei. Ich habe nämlich einfach alle Tasten gleichzeitig. Hä? Was hast du denn gemacht? Ich hab nicht auf den Boden geachtet. Ach so. Ja. So. Ah, okay. Fuck. Masse. Ich habe so Angst, dass mich das Ding tötet. Kannst du links davon ist auch noch mal. Ja, genau. Den hätte ich halt dann geschossen, wenn ich weiß, dass du schon da bist, ne? Möglichst innen. Warte mal. Also, möglichst innen, weil der ist zu tief, der macht mich tot. Ja, meinst du? Ja. Möglichst innen, so innen. Das könnte passen, ja. Du, ich probiere es einfach mal aus. Mehr als scheitern kann ich nicht. So, und ich muss da auch noch hinkommen. Ja, hast recht. Aber jetzt, genau, jetzt hänge ich hier ja gut. Jetzt müsste halt so sein. Na, das war jetzt kacke. Ne, zu hoch. Ne, der passt. Ne, Innenradius. Weil ansonsten komme ich da unten in die... Ah, okay. Warte. Ja, alles gut. Ich hab... I've got time, my friend. So, ich... ich feuere ihn jetzt ab. Ja, das sieht so aus, als... Doch, war super. Warte. Ja, kann ich erreichen. Gut. Puh. Also, wahrscheinlich nicht. Wow. Muss ich dir jetzt nochmal einen rüberschießen, damit du da besser rüberhangeln kannst, ne? Nee, das schafft er einfach so. Das schafft er einfach so. Absolute Experte. So. Ja. Aber ein Blick auf die Zeit verrät mir etwas Böses. Ja. Wir müssen nämlich jetzt aufhören. Wir machen ein Päuselchen. Ja. Und... Bis. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Tschüss. Ciao.